hallo zusammen ich habe euch auf meiner homepage so ein bisschen schon infos gegeben wie man seine bilder entsprechend organisiert und ja heute gucken wir uns mal ein open source tool an namens digicam mit dem man stichworte oder schlagworte oder tags tags vergeben kann die das tool die seite ist zwar in englisch aber das tool ist nachher auch in deutsch verfügbar findet ihr unter digicam.org cam mit k nicht mit c wie ihr seht hintergrund der ganzen sache ist folgende ich hatte die idee dass wir wenn wir die bilder alle zum beispiel auf einer mobilen festplatte speichern dass man dort ein tool hat womit man die schlagworte vergeben kann was unabhängig von der bildbearbeitungssoftware läuft also wenn man jetzt keine bildbearbeitungssoftware hat die das mit anbietet die kosten meistens kostenpflichtig ist dann kann man mit digicam das dann manuell machen so was habe ich gemacht ich habe jetzt einfach einen stick genommen habe in dem stick ein verzeichnis wo ganz viele unterverzeichnisse sind und da sind einige mit fotos andere nicht mit fotos dass sogar dass der datensicherung mit dabei dass dies und das da ist auch das verzeichnis von digicam mit da drin was ich natürlich nachher nicht brauche aber das brauchen wir jetzt zum starten also starten wir das programm dauert natürlich von einem stick immer ein bisschen länger als von einer festplatte das ist natürlich auch völlig klar aber es geht relativ flott und grundsätzlich sieht es was mal noch mal rückgängig so aus also relativ klein die ansicht die kann man mit steuerung plus und noch mal plus und noch mal plus und noch mal plus entsprechend vergrößern dann sind die vorschaubilder entsprechend größer und dann hat man hier an der seite rups hier einer seite eine leiste und auf der anderen seite gucken wir uns erst mal die auf der rechten seite an und zwar die beschriftung dort sehen wir dann unter tags die schon vergebenen schlagworte wo kommen die her wieder zurück auf die linke seite stichworte da sind die stichworte und die kann ich entsprechend über die stichwort verwaltung anlegen na mit plus also ich nicht oberste ebene was will dann drücke ich hier auf plus und wurde dann was eingeben bla bla machen wir mal und zack dann haben wir hier auf einmal bla bla so will ich jetzt in diesem verzeichnis ein oder zu diesem schlagwort oberbegriff ein unterbegriff anlegen dann mache ich noch mal plus also ich bin hier mal zurück ich muss den markieren dann gehe ich auf plus und sage eins bla bla muss auch bla bla schreiben können so dann hätte ich jetzt hier und ihr seht hier ist es auch schon zu sehen gut aber das ist ja nicht der sinn der sache wir löschen das komplett stichworte löschen und auch das unter und zack alles ist weg so also ihr wisst wie er zu den stichworten kommt und die stichworte sieht man die schon vergeben sind sieht man dann auch hier im blau warum das ganze ich kann jetzt sagen und ich habe das jetzt wirklich nur für den ersten fotowork gemacht ich kann jetzt sagen ich will jetzt nur alle schwarz weiß bilder sehen ich will nur alle farbbilder sehen ich will nur alle porträts sehen oder ich will alle straßen fotos sehen dann sehe ich die das ganze macht natürlich bei ein paar fotos noch nicht so viel sinn aber wenn wir mal gucken jetzt haben wir jetzt oder sehen wir immer die bilder die schlagwörter vorhanden sind wenn ich jetzt mal auf keine schlagwörter oder stichwörter gehe dann seht ihr mal alleine auf dem stick alleine für dieses jahr alleine nur die fotoworks da kommen schon ein paar bilder zusammen da ist eine weile mit beschäftigt ja da mal vernünftige schlagworte zu vergeben man sollte es nicht übertreiben ich will die sache kann ich eigentlich weglassen weil das ist quatsch aber man sollte sich eine struktur einfallen lassen und ob jetzt beschaffenheit vielleicht kennt habt ihr auch eine andere idee was man farbe und schwarz weiß nehmen kann und themen da muss jeder für sich selber eine entscheidung treffen ja und wenn ich ein schlagwort vergeben will also sagen wir mal ich würde jetzt hier aus welchen gründen auch immer das schlagwort porträt noch dazu hin fügen wollen dann klicke ich hier drauf und würde auf unten auf apply klicken und wenn ich es wieder weg haben will auch so wenn ich mehrere sagen wir mal ich würde jetzt allen ein schlagwort vergeben wollen dann kann ich so auch alle markieren oder ich kann auch mit steuerung so und so und so und so markieren und kann dann schlagworte vergeben na so kann ich halt sagen okay hier haben wir jetzt guanix dann gehe ich ins album nehmen wir mal das album so und so dann machen wir mal das ganze ein bisschen kleiner steuerung minus steuerung minus steuerung so jetzt haben wir alle bilder in der übersicht jetzt kann ich sagen okay wir markieren alle und ich kann zumindest schon mal sagen photo walk und ich kann sagen architektur und ich kann sagen das ganze ist in berlin zack ja und dann kann ich sagen steuerung farbe 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 habe ich noch eins ausgelassen nein dann kann ich noch sagen farbe und apply so und dann kann ich das ganze auch andersrum machen müsste auch funktionieren jetzt steuerung halten und die sozusagen wieder deaktivieren und dann machen wir dort schwarz weiß und apply so also ihr seht geht relativ schnell dann entsprechend worte zu verteilen und schon haben wir architektur auf einmal mehrere geschichten und wir haben hier und oder in farbe dann auch mehrere bilder und man sieht trotzdem die unterschiede in den verschiedenen alben und weiß wo dann in welchem unterverzeichnis die bilder sind das ist natürlich auch noch mal ein vorteil und natürlich kann man auch hier sagen mit rechten maus klick öffnen mit kann man auch entsprechend hinterlegen und man kann sich wenn man jetzt hier auf foto walk geht auch vorschau bilder anschauen also vom vorschau bild auf die vorschau gehen und sieht dann das bild in groß und kann dann hier auch mal so durchblättern also da sind etliche funktionen drinnen die ich euch hier nur anreißen kann ladet es euch einfach mal runter und probiert es aus mehr kann ich euch nicht an die hand geben in diesem sinne wünsche ich euch viel spaß beim fotografieren und vielleicht treffen wir uns ja irgendwann mal in berlin tschüss euer stavan Vielen Dank.